Natürlich eingekauft, für die Stellen, wo man normalerweise wenig Heizleistung hat, mal in Kellerräumen, mal in der Garage oder so was, mal eben kurzfristig ein bisschen für Wärme sorgen muss. Dass jetzt dieses Thema auf uns zukommt, hätten wir uns für eine weitere tolle Möglichkeit. Und das sind die Infrarot-Heizstrahlsäulen. So wird das genannt. Und da haben wir zwei Stück an der Zahl. Modell Nummer eins, das schwarze Modell. Das ist deswegen so klasse, weil Sie zwei verschiedene Heizleistungen haben. Das heißt, Sie können ihn einstellen. Auf sechs können Sie eben sagen, ich möchte das Ganze entweder auf eine ganz bestimmte Stelle haben. Zum Beispiel direkt auf Sie gerichtet, wenn Sie irgendwo umso leicht schräg nach unten. Da kann man also auch bei frostigen Temperaturen immer noch angenehm draußen sitzen. Und empfindet es nicht als kalt, im Gegenteil. Da hast du recht. Das ist einfach super. Das ist in klein, also für den Bereich unterm Tisch, für die Füße, für die Waden, für die Knie.